Ein Mitternachts-Drink. Andere Leute gönnen sich dann noch ein Wasser oder ein Wasser oder ein Säft oder Wasser mit Säft. Nur ich, ich heute Nacht nicht. Ich gönne mir einen warmen Kakao gemischt mit feiner Wollmilch in meine Tasse. Alter Verschluss. Neuer Verschluss. Empty. Einen Schuss Milch dabei. So. Und jetzt umrühren. 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 Umrühren und ausruhen lassen. Und dann rein in die Mikrowelle. Vorsichtig. Nichts überschwackeln. Nichts so wie beim letzten Mal. Und eine Minute. Fertig. Sudele. Vorsicht. Heiß und fettig. Jetzt vorsichtig. Ja, dann wünsche ich mir jetzt mal Prost. Auch wenn es gar kein Alkohol ist. Mh. Mh. Super lecker. Oder wie ich immer sage. Lecki, lecki, lecki. Mh. Dann euch wünsche ich jetzt gute Nacht. Das war's. Vielen Dank.